Ich habe einen großen Zimbel. Halte ich mal die Fresse. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal einen kleinen Urban Freeride in Pösneck. Mit dem Fabian. Das kennt ihr ja schon aus dem ersten Video. Aus dem zweiten. Und ich würde sagen, let's go. Hier sind schon die ersten Treppensätze. Da hinten ist auch noch eine. Und yo, die fahren wir jetzt gleich in einen kleinen Line. Und dann noch ein bisschen durch Pösneck zu einem anderen Treffensätze. Genau. Na ja dann, gleich short. Stand it. Diesuppe Erhörungen. Sp 하고. Sp 하고. Sp 하고. Alter, wenn Ronja aufm Fahrer sitzt. Aufm Fahrer, genau. gut dann lego Wir fahren ziemlich wieder so ein 96 Stufen Treppenset, die bocken echt mega, also werdet ihr jetzt sehen. Chillig. So, hier die dämliche Straße über Brücken. Ja, er fährt schon vorgeil. Wie viele Autos soll es noch auf der Welt geben? Es gibt schon so viele Autos auf der Welt. Da sind wir. Was? Bei den 96 Stufen. Hüße gehen raus an Pia. Diese Aussicht! Oh ja. Beautiful. So Leute, wir sind jetzt hier oben. Wir fahren straight durch. Dann fahren wir noch an einen anderen Spot. Ja, genau. Viel Spaß! Das bopft so in der Störe. Das bopft so unheimlich. Sick, dude! Bip mal ab! Mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. So. So erstmal gedreft. Oh, schön. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier lenken. Und abziehen. Boah, könnte räudig werden, könnte räudig werden. Ja, ich nicht, dann komm ich außen rum. Ich nicht. Du aber, oder? Er ist gefahren. Ja, wir haben ein Problem, Fabian ist in der Klausscherbe gefallen, mit kleinen Bonkers. Aber wir essen jetzt erstmal was, hier bei dem Stand. Ja, ist durch, oder? Jo Leute, jetzt sind wir hier auf der Skater. Ja, und ich tue hier eine kleine Session jetzt mal machen. Genau. Der Fabian sendet noch ein bisschen. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier vorne nochmal in one hand machen. Genau. Ja, ja, ja. Outro